Hallo liebe Leute, liebe Gäste, liebe Womo-Freunde, wir begrüßen Sie auf der CMT 2018 in Stuttgart, hier am Tuchblatt-Stand, wir von Bad Dürheim sind Auvertreter und ich will jetzt euch einfach ein wenig erzählen, was wir in Bad Dürheim Neues haben. Viele Gäste kennen uns mit der Geschichte mit dem Eintritt ins Bad, viele wissen, dass man uns drei Nächte übernachten muss, damit man Eintritt ins Bad bekommt, das haben wir jetzt nicht mehr, wir haben was Besseres. Und zwar ab diesem Jahr, ab 1. Februar, also jetzt in zwei Wochen, kann man bei uns jeden Tag kostenlos baden gehen, das ist eine 3-Stunden-Karte, das heißt ab der ersten Benachtung kann man jeden Tag kostenlos baden gehen, das haben wir jetzt neu in unserem Programm mit aufgenommen. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie vorbeischauen können oder wollen, wir haben auch unser Service Center renoviert, es wird WLAN jetzt im Februar flächendeckend zu uns kommen, also wir werden dieses Jahr einige Neuerungen machen und es würde mich freuen, wenn Sie mal bei uns vorbeikommen würden und Sie bei uns begrüßen zu können. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und schöne Messe noch. Und bei den drei Stunden Eintritt kann man dann auch in die Sauna gehen? Es ist möglich, man muss dann die Differenz aufzahlen, das heißt der Eintritt für drei Stunden hat einen Wert von 12,50 Euro und die Differenz zur Sauna muss man dann an der Kasse, an der Therme direkt aufzahlen. Und das heißt 12,50 Euro sind jeden Tag in der Übernachtungsgebühr inbegriffen? Genau, pro Person. Das ist ja ein starkes Stück. Genau, also haben wir auch lang und gut gekämpft, damit wir das durchbekommen. Das ist auch in ganz Bad Dürheim so, das heißt die Gastshäuser und Klinike, Hotels haben das auch, also es ist jetzt vereinheitlicht und das ist unser neues Angebot, was wir in Bad Dürheim haben. Darf ich fragen, was dann der Preis ist pro Übernachtung? Also die Übernachtung, ich gehe jetzt von zwei Personen aus, beträgt ohne Strom 14 Euro, mit Strom sind es 16,50 Euro, das ist dann ein Übernachtungsbereich für zwei Personen mit Frischwasser, Fernentsorgung, alles mit dabei, inklusive dem Eintritt in die Therme. Also da kann man wirklich nichts sagen, das ist ja wirklich günstig, das ist richtig schwäbisch, der Eintritt. Badisch, wir sind badisch. Badisch, okay. Badisch, wir sind badisch.